Zur Entwicklung bei den Corona-Infektionen in der Lausitz ist folgender Stand zu verzeichnen. Im Landkreis Bautzen sind insgesamt 439 Infizierte und damit zwölf weitere Erkrankungen seit gestern gemeldet. Von den Infizierten sind bereits 319 Personen wieder genesen. Derzeit sind im Landkreis 107 Personen nachweislich am Coronavirus erkrankt. Im Landkreis Görlitz gelten von den bisher 268 Infizierten aktuell 218 als geheilt. Im Kreis Oberspreewald-Lausitz ist ein Krankheitsfall neu aufgetreten. Aktuell wurden hier 46 Menschen infiziert, von denen bereits 39 wieder genesen sind. Im Landkreis Spree-Neiße ist auch heute kein weiterer Fall der Neuinfektion gemeldet worden. Hier haben sich bislang insgesamt 63 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 60 der Erkrankten sind schon wieder gesund.